Wir gucken jetzt, Schriezel Davidson hat hier ein Video, was 50 Jahre lang ist. Verlobt. Dies ist aus der Szene. Mein Ghostwriter. 16 Fragen durch Berlin. Hey Leute, was geht denn heute? Mein Name ist Schriezel Davidson und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Ganz herzlich willkommen. Das ist ein neues Video von mir. Sie sind wieder bei mir zu Hause. Aber Leute, ich habe nicht nur ein Wohnzimmer und eine Küche. Ich habe auch mehr Zimmer als das. Ich wollte mich nämlich an allererster Stelle bei euch bedanken für diese unfassbar... Wieso redet sie so, für diese unfassbare... Wie redet sie denn? Sie hat so Betonungen. Was ich meine? Für diese unfassbare... Oder bin ich so lost? Achte mal genau darauf jetzt. Ich habe das Video schon gesehen, ich konnte nicht warten, Leute. Wieso? Es tut mir leid. Es ist offiziell. Du hast mich jedes Mal versucht, als Schriezel darzustellen. Und du sagst mir, obwohl du auch irgendwo eine Streamerin geworden bist... Ich habe das Video schon gesehen, ich konnte nicht warten. Aber ich bin kein Schriezel. Ich bin ein... Fan. Krasse Resonanz auf mein erstes YouTube-Video seit gefühlt zwei Jahren. Hast du gehört seit gefühlt zwei Jahren? Hast du gehört? Ihre Stimme, guck, wie sie sich verändert. Du bist los, reden doch mal. Ich habe euch gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es in den Abo-Boxen angezeigt wird. Und wir waren auf Platz 1 in den YouTube-Trennen. Sarah, du kriegst kein Date mit Abos. Wow. Deswegen, vielen, vielen Dank für die Liebe und den Support. Und ich dachte mir, heute beantworte ich nicht eure Fragen. Weil ihr habt mir sehr, sehr, sehr viele gestellt unter meinem letzten Instagram-Post. Genauso, wie ich euch darum gebeten habe. Und deswegen, kommt einfach mal mit. Nein, das ist hier unordentlich. Das wollen wir nicht. Oh, Crench, sie ist auch wie du. Wenn etwas unordentlich ist, zeigt sie es nicht. Bro, steht zu euren Fehlern. Hallo, hört sie bitte aufhören. Dankeschön. So, Freunde, der Sonne, wir fahren jetzt hier in die Tiefgarage. Was wir nämlich heute tun werden müssen, ist, meinen Wagen zu Mercedes zu bringen. Irgendwer hat Auge gemacht. Ich habe mich am Wasser verschluckt. Ich fahre ohne Jammer, weil ich so gemein zu ihm war. Oh, Nu-Juan, das wird dir auch keine 10 Kilo runterdrücken, Digga. Hör bitte auf. Ich bin ein Genius beim rückwärts ausparken in mein Auto von nahe gefahren. Deswegen muss ich das jetzt leider einmal reparieren lassen. Da saß auch übrigens ein Mann am Steuer, falls es jemanden interessiert. Okay. Oh, shit, Digga. Ich bin sehr, sehr stark von diesem jungen Herren gefahren. Okay, rip an das Auto, auf jeden Fall. Anton, was habe ich für einen Fahrstil? Super, fühl mich wohl. Oh, Anton wurde gelegt, Digga. Anton, Kurs geht raus. So, jetzt einmal die Autos getauscht. Das hier, finde ich, passt sowieso viel besser zu meinem Outfit, falls es jemanden interessiert. Oh, Digga, Digga und diese Oberfläche. Weißt du, was ich lustig finde? Wie sie eingesteckt ist, bitte guck. Oh, das Thema, warte, sag uns das. Du wirst gleich sehen, was noch dazu kommt. Ja, ja, aber guck mal, wie sie einsteigt. Zuerst Oberkörper geht raus und dann da oben. Pass auf, das sieht man nicht interessiert. Guck, 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 guck. Du gehst, 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 du gehst. Ja, warte doch, hör zu, da kommt jetzt was. Ich steig das nicht so. Geh das jetzt doch mal. So, erst mal, ja, dieses Aussteigen schon mal mit Rock. Das ist einfach nicht möglich, wenn 1,60 mit Händen nach oben. Hey, wir haben hier ein Treppchen, ja? Allein schon hier ist es kritisch. Hier, wo soll ich mich jetzt festhalten? Wie soll ich da jetzt rein, ohne aussehen wie eine dicke Kugel zu sein, wie das jetzt machen? Ich würde so rein, ohne auszusehen wie eine dicke Kugel, ich würde so reingehen. Oh, wo soll ich mich festhalten? Oh, warte, ich steig kurz mal ein. Mein System ist nämlich immer folgendes. Ich gehe so. Ich stelle jetzt lang, was... Na, das ist, das ist cringe, Digga, ja. Das ist... Für dich war das so voll legit. Ah, so würde ich es auch tun. Weißt du, was noch eine krassere Lösung wäre, wenn man weiß, dass man so ein Auto fährt? Einfach Hose anziehen. Wow! Ist nicht drin. Schön, okay, weine. Die erste Frage kommt von Misga Misik. Die wichtigste Frage, wie geht es dir eigentlich, Schrien? Bro, wieso nehmt ihr solche Fragen rein, Bro? Weißt du, was die Leute... Aber so Leute, die so schreiben, denken immer, ich bin jetzt der Tiefsüniger aus der Community. Ich werde nicht so irgendwelche Fittnerfragen stellen. Ich will nur ins Video. Ich werde auch sympathisch. Yo, Schirin, alle fragen, alle sagen, alle, alle. Nein. I'm small. Nein, alle sagen, ich habe gar nichts gemacht. Aber niemand fragt, wie geht es dir, Schirin? So einer ist das. So einer, Digga. Also erstmal, das ist eine sehr, sehr cute Frage. Vielen Dank dafür. Mir geht es wirklich besser denn je. Vor allem besser als so die letzten 5-6 Monate. Vor allem zu dieser Hochphase, wo ich das ganze Album fertig gemacht habe. Weil ich einfach weiß, dass ich mit diesem riesengroßen Projekt ready bin. Worauf ich unfassbar stolz bin. Vor allem, wenn du so viel Zeit, Schweiß, Blut und Tränen investierst. Und dann einfach am Ende genau das bei rumkommt, was du dir vorstellst. Die nächste Frage lautet, wie läuft dein Tag im Studio ab? Oh, das ist eine sehr... Schau, Christopher, Digga. Er denkt, er ist Dings, Hobbyfotograf und hat sich von Seiten profil gefilmt und hat so dieses Augademsapfel angespannt. Also, ja, ich bin jetzt süß. Jetzt kriege ich eine Freundin. Ich bin in Schirins Video. Wie läuft dein Tag im Studio? Ob jetzt wird jede Chai denkt, ich bin so studiointeressiert und kann Beats bauen in Fruity-Bups. Das ist eine sehr gute Frage. Habibi, it's my own business. Kuss. Ich stehe immer früher auf als die Jungs, weil ich möchte immer cute ins Studio gehen, okay? Manchmal, wenn wir sehr früh anfangen wollen, um 12. Also, da habe ich ganz andere Geschichten gehört, dass jemand um 17.30 Uhr... Aber okay. Aber auch erst um 14 Uhr, holt mich dann der Tabern ab. Dann treffen wir uns irgendwann um 14 Uhr, 14.30 Uhr im Studio und das allererste, was gemacht wird... Schau, schau. Hä? Wallah, Mehmet, das ist Schirin. Oksum, Billah, das ist dieser David. ...ist Frühstück wird bestellt. Oder, 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 ganz kurz, oder ganz kurz. 14 Uhr, 14.30 Uhr im Studio und ist... Wallah, sie hat kein Kopftuch, an der Boden, aber das ist... ...allerste, was gemacht wird, ist Frühstück wird bestellt. Man kommt sehr, sehr langsam in den Tag, okay? Erstmal kommt... Digga, stabiles Frühstück. Man kommt zusammen, man isst gemeinsam, man trinkt einen Kaffee, man raucht eine Kippel, man raucht was anderes... Ich war auf diese Reaktion von dir gespannt. Jetzt wirst du mir sympathisch, Bro. Man chillt, man redet. Jedenfalls werden dann Donuts bestellt und erst dann geht man dann in den... Ach so, Fettsan ist live, sagt sie. Heftig, Bro. Heftig. Raum, in dem wir aufnehmen, in dem wir arbeiten, in dem wir Beats machen und so weiter und so fort. Es muss ein Grundweib herrschen, okay? Wir sind hier nicht im Büro, wo ich anfange, irgendwie Papierkram abzuarbeiten. Du arbeitest einfach über eine sehr lange Zeit sehr intensiv mit den Leuten zusammen. Und deswegen ist mir einfach das Wichtigste, dass alle so cool miteinander sind und dass wir einfach alle Spaß haben. Das stimmt auch, das ist süß. So eine Arbeitsmoral ist süß auf jeden Fall. Leute, wisst ihr, wie das bei Alim war? Die haben ein Studio, die haben so ein paar Leute da sein müssen, die sich die Arbeit brauchen. Dann kommt ein Kumpel vorbei, einfach so ohne Grund. Dann kommt noch ein Kumpel vorbei. Die zwei Kumpel rufen noch zwei Kumpel. Und die Sache ist, die sind nicht dort, um was zu machen, sondern die hängen einfach ab, müllen das Studio zu. Wenn überall Scheiße liegt, gehen sie wieder nach Hause, niemand räumt was weg und so. So lief es bei Alim. Der Grundweib war sehr komisch. Und wisst ihr, was das Traurigste ist? Ich brauche mich hinaus, er war einfach zu nett. Falls, ganz kurz an, es ist falsch, dass ihr je sehen solltet. Schiruzl, stell dir vor, ich mache genauso gern Musik wie du. Und ich will einfach nur nach einem harten Arbeitstag meine Songs machen. Ich habe alles dafür getan. Ich habe meine Privatsphäre geopfert. Ich habe mein Privatleben geopfert. Ich habe meine Zeit geopfert. Und ich habe es geopfert, dass ich meine Kinder sehe, wie sie aufwachsen. Dann gehe ich ins Studio und will aufnehmen. Und dann chillen hier 95 Kanaken. Wie du einfach nicht erwähnst, dass wir die anderen... Ich habe die Schönheit meines Lebens geopfert. Okay, ganz kurz. Ich meine, natürlich meine jungen Jahre. Ich habe was für mich raus. Scheiße. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Leute, bitte. Dann kommen 95 Kanaken, die sind komplett random da. Die sind halt Freunde von Freunden und sonst was. Und bro, ich will was aufnehmen. Ich schwöre auf alles. Nein, alle wussten nicht, weil wir wollen hier davon häuschen. Ja, valla. Ich will aufnehmen. Ich will aufnehmen. Und ich bin voll im Vibe gerade. Ich habe so etwas Schlechtes erlebt oder keine Ahnung, etwas Gutes erlebt. Irgendwas, bruder. Und da gab es so drei Sofas. Und valla. Jedes beschissene Mal. Ich bin bei Mike. Ich bin so ein Mensch. Es dürfen nur die Menschen da sein, die es fühlen. Alle anderen sollen sich ficken. Bro, da sind irgendwelche Kennecks. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich bin hier am Mike. Die bewegen sich nicht. Die sitzen so. Und ich will irgendwas rappen. Ich schaue dann so zurück hier so. Und dann ist der hier. Zwischendurch so. Wir sind in meinem Studio. Ja, genau. So eine Story. So random, Leute. Nächste Frage bzw. Aussage ist. Ich brauche mehr Hörproben, Lan. Okay, du brauchst mehr Hörproben. Dann lass mich kurz anhalten. Und dann mache ich dir ein Hörprogram. Da habt ihr alle. Seid ihr ready? Statements. Doch ich mache diese B****s nicht mehr famous. Ich hab das. Reich. Immer zu tun und zu lassen, was ich will. Ja. Ah, meinst du, ich hab das Recht zu tun und lassen, was ich will wegen dem Handy am Steuer? Nein, ich meine, ihr habt hier alles so Handy weg vom Steuer. Sie hat doch extra angehalten. Und gleich fährt sie gar nicht mehr weiter. Ach so. Ach so, ehrlich, das ist süß. Ja, sie lässt sich mit anderen fahren. Okay, Schriezel Verteidiger Nummer 1. Deshalb meine ich, ihr seid alle beziehungsfrei ehrlich. Schriezel Verteidiger Nummer 1. Do your research. Also die Line, die ich gefüllt habe gerade war, ich mache kein Statement, ich mache euch nicht mehr fame. Das musste ich wirklich lernen, auf sowas zu scheißen. Einfach, also das ist eine Line, die real ist. Musik für Frauen. Dave Kuss geht draußen. Die fühlt sich gerade so, als ob sie alles gefickt hat. So, die Welt ist gebrochen, sie hat Erdbeer, sie hat X911, wiederholt. Aber ich will nicht mehr rauspacken, reicht das? I mean, I just fucked up the whole world, but it's okay. It's okay, okay, okay. Also nochmal Leute, Anton ist 26 Jahre alt geworden. Leider. Vorgestern. Und deswegen müssen wir das natürlich gewöhnen. Oh, scheiße, Digga, er hat eine Cam als Torte bekommen. Stell dir vor, du hast so eine Arbeit, für die du dich schämst. Und du kriegst so einfach Dings. Du kriegst so eine Striptease-Stange, so als Geburtstagsgeschenk. Hier, Bitch, an deinen Geburtstag möchte ich dich nochmal erinnern, dass du ein Hund bist. Euer Nachstieg fehlt auch so. Geisteskrank. Leon, alles Gute, Bro. Du wirst nie mehr als ein Kameramann. Was ist los mit euch? Es hat ja nur Spaß, Bro. Es hat nur Spaß. Alter, wie kreativ sind die? Ey, danke dir. Ja? Das ist der obligatorische Bruder, der die Torte gratis gebracht hat für Instagram. Sorry. Siehst du, unten kommt die Torei, überlegt, Digga. Kuss, Digga. Vielen, vielen Dank. Fahr vorsichtig, ich bin Schumacher. Ich muss euch jetzt wahrscheinlich... Oh, oh, nein. Hast du gesehen, wie der Ausländer einen Spruch reingedrückt hat, um vor der Chaya-Cool darzustellen? Fahr vorsichtig, nicht wie Schumacher. Ganz dünnes Eis, Bro. Ganz dünnes Eis, als hätten wir jetzt so 12 Grad und langsam wird's wärmer. Ganz dünnes Eis. Erklären, warum ich hinten sitze, aber kurz und knapp. Ich hatte das Gefühl, ich brauche gleich jeden Moment einen Unfall. Weil in Neukölln, ich sage euch, die fahren hier wirklich wie in Deton. Die nächste Frage ist, wann kommt dein Eistee? Oh, nein. Letztes Jahr war Tabak, jetzt ist Eistee. Ich muss auch ein Eistee rausbringen. Kellerbra. Kellerbra-Tee. Das ist ganz neu, hast du noch nie gehört. Dirty meint hier mein Eistee. Ihr Tee heißt Dirty. Das ist aber, das ist kreative. Das ist eine kreative Idee. Dirty. Ich brauche Dirty im Geschmack. Put your ass up. Okay? Ich brauche Dirty im Geschmack. Okay? Namens Dirty. Gibt's auch Brazilian Budlift-Geschmack, Digga? Dirty meint hier den Dirty Eistee. Der Eistee kommt in diesem Jahr noch raus. Voraussichtlich im Spätsommer 2. Also, wenn wir keine 50 Paletten Dirty kriegen, ohne Zucker. Rass dich. 1021. Das brauchte definitiv... Bro, bring Oht raus. Bruder, ich küsse dein Herz. Das kann ich noch nicht tun. Betonung liegt auf noch. Ein komplett eigenes Video für sich. Ich werde euch in die Prozesse involvieren. Vielleicht könnt ihr sogar über die eine oder andere Geschmackssorte entscheiden. Auch eine... Das wäre toll. Also, ich bin für Brazilian Budlift-Geschmack. Interessante Frage. Wie ist eigentlich der Gossip in der Musikbranche und von wem kommt er am meisten? Das könnte jetzt 20 Minuten dauern. Anton, du hast es richtig erwartet. Ich habe gerade wirklich überlegt, wo soll ich überhaupt anfangen. Ich sage euch mal so, der Gossip in dieser Branche ist wirklich intens. Es gibt wirklich sehr, sehr viel Gossip. Ich habe das Gefühl... Bro, sie sagt sehr, sehr viel, sehr, sehr oft. Ich glaube, es war auch in den Wissendorferteilen. Welchen? Ah. Oha, ist das Zufall, dass wir vor zwei Tagen darüber geredet haben? Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wir haben so 10 Minuten über sehr, sehr geredet. Zufall. Ich habe das Gefühl, dass es immer meistens um dieses ganze Drumherum mehr geht, als selbst so um die Musik. Aber meistens kommt der Gossip immer von denen, die irgendwie... Von denen? ...sich so fühlen, als hätten die nicht genug Liebe bekommen. Oder den Leuten, die man, kurz gesagt, kein Gesicht gibt. Von denen gibt es eigentlich den meisten Gossip. Warum gibt man den Leuten kein Gesicht? Ich weiß immer schon, dass ich einfach von vielen Leuten Abstand halten möchte, weil ich finde, ich mache das hier für mich. Ich mache das hier nicht wegen irgendjemandem. Weißt du, soll ich dir wirklich sagen, wieso manche Menschen sich überall einmischen und Gossip machen? Ja. Weil die einfach nichts in ihrem Leben geschissen kriegen. Sonst oder weil es mich interessiert, was andere machen, sondern ich gucke halt auf mich. Ich gucke nicht rechts und links. Man will sich einfach aus vielen raushalten. Und das kannst du einfach, wenn du einfach eine gesunde, aber sehr höfliche Distanz schaffst. Und das ist auch... Jebo-Tee wäre krasser, krasser Tee, Bruder. Mein Tipp an viele, viele Newcomer. Weil gerade wenn du so in diese Branche kommst, du denkst, oh mein Gott, das ist alles so spannend und man kann mit voll vielen Leuten connecten. Das kannst du auch, aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Weil wenn du dich entwickelst und andere Leute sich vielleicht weniger entwickeln oder vielleicht entwickelt sich auch der andere und du selbst nicht, kann es manchmal kompliziert werden. Das heißt, was du rausfinden musst, ist, wo sind die wahren Freundschaften, mit wem bist du wirklich außerhalb von diesem Bindes befreundet und mit wem eben nicht. Ich glaube, das Fazit von dem Ganzen... Ich finde, vieles, was du sagst, trifft aber auch gut auf dich zu. Ja, ich brauche keine Freunde, Bro. That's it. Take my money. KNF, keine neuen Freunde. Es muss einfach sein, guck immer auf dich, also auch als Person, als Artist oder nicht. Findest du ihr Obertal fresh aus Survivors Sicht her? Ja, wie soll denn? Ich fühle das Obertal nicht. Also einzeln, wenn ich das Obertal alleine im Laden sehen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht kaufen, weil ich hätte keinen Plan, wie ich es kombinieren sollte, aber sie hat das nice kombiniert. Okay. Und wenn sich irgendjemand über dich abfuckt oder Gossip verbreitet, weil der irgendwie kein Stück vom Kuchen abhaben kann, dann ist es halt einfach deren Problem. Wenn ihr wüsstet, was ich jetzt alles an Gossip in den letzten sechs Jahren gehört habe, wow. Die nächste Frage lautet, wie kommst du mittlerweile in der Rapszene zurecht? Gibt es immer noch viel Problematik und wirst du mittlerweile von deinen Kollegen und von der Szene unterstützt? Auch wenn es sich für euch irgendwie so anfühlt, als wäre ich erst seit zwei Jahren in der Rapszene gefühlt. Wann hat mich der erste Rapper gedisst aus der Rapszene, als ich nur YouTuberin war? Das war Safe 2015. Ich weiß auch noch, wer es war. Das heißt, seit 2015 bis 2021 wurde ich mindestens einmal im Jahr von irgendeinem Rapper gedisst, ohne wirklich Teil der Szene zu sein. Ich war YouTuberin. Irgendwie habe ich das Gefühl, immer das stattgefunden zu haben, ohne wirklich stattgefunden zu haben. Also wer... Boah, scheiße, auf meinem russischen Tape diss ich Shirin nicht. Hat mich nicht gedisst, Farid. Der Beweis dafür, dass du so ziemlich gay bist. Du trägst die Kappe umgekehrt wie Shirin David. Hul... Hul... Lega. Die Bikini-Ladies haben pretty Faces süß wie Milky Way und nicht klinisch fake, so wie Shirin David. Ah, oh no. K.O. Doppel-L-maskuline Boss-Aura. Ich finde es aber so krass, dass ihr das einfach reichschleidet. Ja, es ist süß, ja. Leer. 34, doch bin drauf wie 18. Ich will diese kleine Bia als Shirin David nackt zählen. Oh, scheiße. Fliese, Flicky, De Flake hat sie sogar gelesen, Bruder. Oh mein Gott, ja, Majo. Ich will ein Gangbang mit Shirin David. Ich komm mit Farid, ich ne Pay mit. P.A. hat... Okay, P.A. war cute, weil er hat ein Liebes-Song gemacht. Als Kurdo gerappt hat, dass er dich gangbangen will, hab ich drüber nachgedacht, ihn mit der Family zu killen, aber das wäre nicht mein Hack. Das Ding ist... Das Ding ist... Ich auch, das war echt cringe. Das war sehr schmiedig, ja. Wieder offline, aber das war schon sehr süß. Auch wenn du ein bisschen famer bist, haben wir perfekte Basis. Unser Baby wird 75% iranisch. Ich hab bestimmt... Mh... Ola ist die böse Gewalt. Ich find's irgendwie lustig. Nein, das ist der obligatorische Simp. Sorry, Bo. Auch irgendwelche Leute vergessen, die so Sneak-Tesses gemacht haben. Ich muss auch sagen, seitdem ich da bin, hab ich sehr viel... Aber weißt du, das ist ebenso nice, wie sie das einfach so eiskalt reinschneidet alle. Vor allem, ich wurde so viel supportet. P.A. Milo hat mir so viel Liebe gegeben. Nimo... Digger, Milo hat mir so viel Liebe gegeben. P.A. Milo hat mir so viel Liebe gegeben, ich will jetzt auch gar keinen... Ich will nicht sagen, wer mir noch... P.A. Milo hat mir so viel Liebe gegeben. Vergessen hier, Farid an der Stelle. Oh, shit. Farid, Bro. Farid auch. Hat auch sehr viel Liebe gegeben. Bro, Farid hat ganz viel Liebe gegeben, Digger. Hier in Berlin und in dieser Rap-Szene. Es geht immer darum, was denken die Leute von dir. Es geht nicht darum, wer du wirklich bist, sondern es geht darum, wie verstellst du dich jetzt oder wie actest du, dass die Leute das und das von dir denken. Und das ist halt irgendwas, was mich so am Anfang echt belastet hat und was auch so am Anfang echt sehr, sehr anstrengend war. Irgendwie immer... Die so sehr, sehr... DAAA! 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 Ihr werdet alle gleich? Habt ihr so eine Geschworenschaft der Brüder irgendwo? Auf geht's im Kiosk. Party zahlt, weil ich hab kein Bargeld. Ich will auch einen Eistee rausbringen. Ich hab auch einen perfekten Namen. Anis, nein, der Tee heißt Jebo-Tee. Erklär mir das. Ist das sowas wie Mega-Gina? Jebo-Tee heißt auf Serbisch, Bosnisch oder so. Jebo-Tee. Jebo-Tee. Moistee? Nein, Jebo-Tee ist der beste Name, Leute. Okay, nächste Frage. Jebo-Tee mit CBD-Geschmack. Wo ist das Bild mit Niki mit 5000? Ich hab ein paar gezeichnet. Also dieser Abend war iconic. Wir hatten sozusagen eine der größten Lounges in der Mercedes-Benz Arena, als Niki kam. Für mich einfach ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich hab Niki noch nie live gesehen, okay? An dem Abend, ich weiß nicht, wie viele Leute wir eingeladen haben, aber ich weiß nicht, wer auch alles wieder da war. Am Ende sagen auf einmal die netten Leute von meinem Label zu mir, Shirin, du kannst wahrscheinlich jetzt Niki sehen. Und ihr müsst euch vorstellen, ich war so am Ende. Ich war so sturzbetrunken, ich war... Sympathisch. Wir gehen runter, da sind ausgewählte Leute, ich glaub Internet, der Blogger und so weiter und so fort. Die schieben mich als Erste in die komplette Reihe. Ey, sie stand vor mir. Oh shit. Sie ist wirklich 1,50 mit Hände nach oben. Und ich hab sie, ungelogen, viermal gesehen. Du musst gerade überlegen, was du meinst mit viermal gesehen hast. Du warst so besoffen, dass du sie viermal gesehen hast. Richtig. Und es war so schlimm, dass ich danach einfach angefangen habe zu heulen, weil ich so verzweifelt war. Weil ich sie angeguckt habe und nicht richtig sehen konnte, weil ich sie viermal gesehen habe. Und diesen Moment... Hey Niki, aufschau. Hey Niki. Und sie unbedingt so richtig angucken wollte. Ich wollte sie richtig angucken, so ins Gesicht. Ja, ich höre euch genau das sagen. Ich höre euch genau das sagen. So. Niki. Niki. Ja, das ist Niki. Leute, weil es einfach wirklich viel zu kalt ist. Ich dachte einfach, es ist Sommer. Wir haben original 10 Grad, gehe ich mich umziehen. Weil ich einfach so draußen nicht rumlaufen kann und nicht rumlaufen möchte. Also, Ladies and Gentlemen, wir sind jetzt ein bisschen Berlin-tauchlicher. Mitte April. Also, wir schreiben mit, der Alltag bestand daraus, Patty abzuholen und mit ihr darüber zu reden, was wir gleich saufen werden. Und dann wieder Sachen zu wechseln, nachdem man fett wurde und McDonalds Essen und Donuts konsumiert hat. sich umzuziehen mit der Ausrede, draußen ist es kalt, aber nicht, dass das im Bauchumfang drückt und ich mich fett fühle. Und deshalb ziehe ich jetzt ein fucking T-Shirt an. Because I'm fat. Aber ich glaube, die Kombi von jemandem wie ihm und jemandem wie mir, also Leute, die nach außen unterschiedlicher nicht sein könnten, war irgendwie das, was die Magic war. Und immer, wenn ich gesagt habe, wie ich mich fühle, was ich empfinde, worüber ich rappen will. Er hat alles verstanden. Und das ist das Schöne. In dem Moment, wo Leute jetzt sagen, du lässt dir die Songs von einem Mann schreiben. Es ist so... Der hat das so gesagt, als ob ein Mann so ein Hund ist. Du lässt die Songs von einem Mann schreiben. Viel krasser, dass ich durch oder mit einem Mann meine Stimme lauter machen kann. Ein Mann gibt dir seine Hand und hilft dir, auf die nächste Stufe zu steppen. Und das ist ein Ding von Gleichberechtigung. Zusammen weiter zu kommen, sich zusammen zu entwickeln. Und natürlich auch die Dinge, die mir halt einfach passiert sind. Vor allem sehr viel Bullshit, der mir passiert ist. Durch den ganzen Pain, den man durchgegangen ist, das war eine krasse Inspo. Also ich finde das zum Beispiel nicht schlimm, wenn man zusammen sitzt und so Texte macht. Zum Beispiel viele Songs von Soko und Albus machen wir oft zusammen. Viele Songs von mir haben wir oft zusammen geweibt. Viele Songs von Maestro haben wir alle zu fünft gemacht. Das ist halt so, es geht gar nicht darum, Texte zu schreiben. Kannst du dich das entspannt vorstellen? Einfach so eine Gruppe von Freunden, die zusammen... Zum Beispiel der Stream, den wir hatten, ist genau so. Man hat zuerst eine Melodie, eine Zoom, so eine Melodie. Dann sagt zum Beispiel der Haupt-Act, ich fühle dabei so das und das circa. Dann sagt der andere, oh scheiße, das und das. Dann sagt einer so ein Wort, aktuelle Lage zum Beispiel Hyänen. Dann sagt er, oh dies, das. Dann räumt man drauf, dies, das. Dann nennt man ein schöneres Wort. Das ist unnormal krass. Das ist nicht schreiben, sondern zusammen viben. Okay? Und dann gibt es schreiben, schreiben. Solche Leute gibt es auch. Es gibt Leute, die kaufen Packs, ich will keinen Namen nennen. Stell dir das vor. Wallah, ich habe das mit meinen Augen gesehen. Etablierte Künstler, die über Millionen von Streams haben. Okay? Hatten Ordner, die sie kaufen, wo sie in die Ordner reingehen. Drauf klicken. Und die haben so Packs, die haben so Packages. Das sind fertige Songs. Da ist einer der Teil mit dem Text, einer der Teil mit dem Song und Ghostspur. Einer der Teil nur mit dem Beat. Und einer der Teil mit Beat und leise Ghostspur, damit sie drauf rappen. Und das war's. So entstehen von den meisten der Alben. Okay, was geht? Gerade gegessen. Wir sehen gerade für Sonntag das Video. Und eine Frage war unter anderem, welche Line ist deine Lieblingsline aus dem Album? Ich konnte mich schwer entscheiden, aber ich bin irgendwie bei dieser Goliath-Line hängen geblieben. Frag mich nicht, warum. War die für mich so, boah, die klingt so bossy und irgendwie ist die auch so basierend auf echten Tatsachen und irgendwie noch ein geiles Wortspiel. Man merkt, Las liebt seinen Job. Ja, Las ist drin, der Bruder. Und dann auch immer, ey, bei so einem Album, dieses ganze verrückte, krasse Album, das jetzt auf eine Lieblingsline so, das ist so, wie wenn du mich jetzt fragst, was ist dein Lieblingssong oder so von allen Rap-Songs, die es gibt, weißt du schon? Okay, das heißt, wir können uns eigentlich nicht für irgendwas entscheiden, weil es ist einfach zu unfassbar, um das einig zu sagen. Okay, Leute, auf jeden Fall, ich würde sagen, das Video ist noch ein paar Minuten lang. Ich kann mich entweder entscheiden, das Video weiter zu gucken, das werde ich auch privat weiter schauen, ist sehr interessant. Ich küss' ihr Herz, Liebe geht raus.